Nachschub-Hühnersuppe mit Nudeln, Nora. Ich gebe ihr die Suppe, aber zieh endlich diese Skinny-Jeans aus. Selbst mit meiner Superstärke, kriege ich sie nicht mehr vom Körper. Ich danke euch, aber mir geht's gut. Ihr müsst mich nicht im Auge behalten. Oh gut, Chloe müsste uns nämlich ins Metroburg Hospital bringen, um deinen Dad aus den Hosen zu befreien. Das ist eine Mode-Sünden-Not-OP. Max, hast du dafür eine Erklärung? Nein. Die kurze Party ist eine Laser-Party. Chloe, komm runter zum Spieleabend. Ich spiele dich in Grund und Boden. Nicht so eine Art. Kein Football, Chloe. Wir sitzen alle beisammen und haben Spaß als Familie. Ja, Mom und Dad drehen voll auf. Eigentlich echt albern. Das ist dein Küsschen-Klingelton auch. Ich schätze, deine Freundin Allison schickt dir eine Nachricht zu. Max und Allison hocken hinter Hecken. K. N. Na, ihr wisst ja, was sie dahinter tun. Allison ist nicht meine Freundin. Wir hängen nur rum. Und dass einer von euch meinen Klingelton ändert, ist echt witzig. Nein, echt, das war wirklich witzig. Kommt sie mal vorbei. Wir wollen sie endlich kennenlernen. Keine Chance. Sie holt sich nur ein Buch ab. Das braucht sie für eine Prüfung am Montag. Ich dagegen brauche keine Bücher. Ich habe eine Maschine, die mich gebildet macht. Die solltest du mal ausprobieren. Moment, Familie. Chloe hat keinen Partner für ihren ersten Spieleabend. Ja. Ja. Aber weil sie ihre große Schwester Phoebe so irre doll lieb hat, könnten die ein Team bilden. Ja, Phoebe. Oh, sie hält dich für cool. Max, du und ich sind doch sonst Teampartner. Mit wem spielst du? Ich schätze, ich frage Kolossow, falls der Zeit hat. Er hat kein Leben. Okay, wer hat Lust, das Rad zu drehen? Wie wär's mit dieser bezaubernden Mitspielerin da? Wer nicht dreht, der nicht gewinnt, Baby. Lass es bloß nicht auf neues Auto landen. Unsere halben Ersparnisse stecken in diesen Klamotten. Das tut es eh nicht. Da steht doch nur drauf, damit sie motiviert bei der Sache sind. Oh, klar. Um genau zu sein, steht die Chance eine Million zu eins. Neues Auto! Ja! Wie konnte das passieren? Ha, wir haben's geschafft. Ich würde einen Daumen nach oben zeigen, wenn ich Daumen hätte. Hm, gut. Oh, also... Das ist furchtbar, aber weggucken kann ich auch nicht. Herz und Seele war gesucht. Oh, niemals! Keine Sorge, Chloe. Das nächste Mal wird's klappen. Ich hab genug. Ich geh lieber meine Puppen füttern. Halt! Nicht doch, Chloe! Ich seh gut aus, Baby. Mom, Dad! Billy hat mit seinen Salami-Pfoten mein Tablet beschmiert. Eigentlich hast du dein Tablet an meine Salami-Pfoten gerieben. Entschuldige dich. Billy, stopf nicht so viel Salami in dich rein. Aber sie isst voller italienischer Vitamine, wie der weißen, gummiartigen Knorpel da. Euch Kids nur zuzuhören macht mich älter. Abflück ins Kino. Thunder Man! Auf und davon! Sorry, Barb. Wollen wir? Bis bald! Bis wir spüren! Alles klar, Chloe. Hast du Lust auf die Geschichte von Robin Hood? Max! Vermutlich eher nicht. Hallo, mein kleiner Wirbelwind. Es heißt, die Zahnfee hat dir gestern eine Münze zugesteckt. Katsching! Hervorragend. Gut. Jetzt stecke ich die robuste Münze hinter dein Ohr. Und puff! Sie ist weg. Kannst du bei uns bleiben? Ja, aber natürlich kann ich. Werd ich nur nicht. Hey! Gib Chloe ihre Münze wieder. Ich bewahre sie doch bloß für sie auf. Wie Geburtstagsgeld. Ich hab Max am allermeisten lieb. Wow! Max hast du am liebsten? Der Max, der gerade dein Geld geklaut hat? Er ist lustig und er hat coole Haare. Ich hab auch coole Haare. Sag mir, was er hat, das ich nicht habe. Eine Rutschbahn, eine Band, ein Haar. Okay, neuer Plan. Äh, ich hab eine bessere Geschichte als Robin Hood. Ich nenne sie Phoebe Hood. Mag sein, dass du danach manche Mitbewohner anders siehst. Es war einmal vor langer Zeit in einem Land weit, weit weg ein bildschönes Mädchen mit dem Namen Chloe die Süße. Alle haben sie gern gehabt und sie mochte die anderen, außer den bösen Sheriff. Hallo, Pöbel. Seht mich an. Sheriff Maxingham. Oh ja, er ist definitiv keiner, den man lieb hat. Und seine Haare sind auch nicht so toll. Beyoncé? Äh, natürlich, wenn du das möchtest, dann ja. Beyoncé. Was ist denn mit den Hausschuhen? Sie wurden gestohlen von diesem Idioten Max. Sagte ich gerade Max, ich meinte Maxingham. Witzig, oder? Die Namen klingen beinahe gleich. Zum Thema. In der Burg zitterte Sheriff Maxingham vor Furcht vor seinem bösen und auch übermächtigen König. Nicht Phoebe Hood, die hab ich am allerliebsten. Ja. Oh, und ich verrate dir was. Phoebe Hood basiert auf mir. Ich schätze, du magst mich am allerliebsten. Ist Maxingham dann wirklich Max? Ja, das macht ihn zu dem, den du nicht am liebsten hast. Was geht ab, ihr Partylöwen? Du bist ein fieser Sheriff. Ich bin fieser, was genau? Chloe, was ist mit Max passiert? Der zittert jetzt am Nordpol. Warum machst du denn das? Wegen der Geschichte, was sonst? Oh. Chloe, du holst auf der Stelle Max zurück vom Nordpol. Nope. Komm schon, ich bitte dich. Ihn hast du am liebsten, weißt du nicht mehr? Nein, dich hab ich am liebsten. Es ist schwer, das zu genießen, wenn Max von einem Eisbären verputzt wird. Wir sind zu Hause. Der Ausgehabend ist offiziell vorbei. So schnell? Ich meine, ihr wart kaum länger als eine Stunde fort. Was für ein Ausgehabend ist das? Ach, dein Vater konnte nichts sehen. Er hat die Brille vergessen, sagt er. Doch dazu hat mir jemand mein Popcorn gemopst. Ich bin mir sicher, dass Max dahinter steckt. Max? Nein, Dad. Max ist früh zu Bett gegangen. Er bekommt wohl eine Erkältung. Kalt ist er schon. Wisst ihr was? Holt ihr zwei euch doch ein bisschen Eiscreme, hm? Ich bezahle. Ein Date darf nicht so enden. Ihr geht zurück, könnt weiter ausgehen. Und zwar ohne eure Kinder. Nur kids problemfrei. Es geht ab. Okay, Chloe. Hör zu. Ich weiß, in meiner Geschichte mag Max ein bisschen böse gewirkt haben. Aber du wirst ihn zurückbringen, wenn du das Ende der Geschichte kennst. Im Königreich wurde Phoebe Hood gefangen gehalten. Doch plötzlich fasst sich Maxing ihm ein Herz. Ich fasse mir ein Herz. Ich gehe jetzt ins Bett. Halt. Nein, nein, nein. Mein Fehler. Ich habe das Ende verwechselt. Äh, jetzt folgt die richtige Version. Phoebe Hood sollte mit dem Katapult für immer aus dem Reich geschleudert werden. Lebt wohl. Ihr werdet mir fehlen. Selbst du, Kackersammler. Sie kennt meinen Namen. Bitte wirf Phoebe Hood nicht aus dem Reich. Sorry, Kleine. Ich kann unmöglich gleichzeitig gut aussehen und höflich sein. Doch du kannst. Damit war Maxingham Mitglied der munteren Truppe und wurde Chloes allerliebster Bürger, der im Königreich lebte. Und Ende. Also wurde Maxingham noch gut? Ja. Du hast ihn nur für böse gehalten, weil seine fiese Schwester einen Klassiker umschrieb, um dich zu überzeugen. Ich kann Phoebe Hood und Maxingham leiden. Ich habe beide am liebsten. Gut, können wir dann bitte Max wieder vom Nordpol zurückholen? Danke, dass du mich wieder zurückgeholt hast, Chloe. Wieso bringst du mich zum Nordpol, Chloe? Ach, Mensch Max, wieso tut dein Kind sowas oder so schräg? Sind zurück. Und wir haben Eiscreme. Eiscreme? Soll das ein Witz sein? Wieso tust du das? Wieso tut euer Sohn sowas oder so schräg? Oh, hey, die neue Brille sieht gut aus. Oh ja, ich dachte, dass es trotz meiner Brille nicht bedeuten muss, ich sei nicht heldenhaft oder... Bildschön. Er konnte die Eiskarte nicht entziffern. Wieso ist die Fernbedienung so fettig? Billy! Sorry, das war nicht Billy. Was soll ich sagen? Der kennt sich aus mit Salami. In Smoothies schmeckt sie auch gut. Nein, tut sie nicht. Ich gehe kotzen. Ich mag Billy. Ihn habe ich am allerliebsten. Okay, ihr gewinnt. Wieso tragt ihr die Kostüme? Es geht nicht um die Kostüme. Wir kommen aus geschäftlichen Gründen. Ja, aus offischiellen Gründen. Was dieser Clownfisch hier zu sagen versucht, ist, dass wir ein Haustier wollen. Nein. Jetzt geht's los. Diese Nummer kenne ich doch von euch bereits. Die Nummer noch nicht. Los, Billy. Kauft uns ein Tier, das wäre voll der Hammer. Kauft ihr uns keins, wäre es ein Katzenjammer. Was wir damit sagen wollen, wir zwei kleinen Wundervollen, ist... Kauft uns ein Tier sofort! Ernsthaft? Gar nichts. Es tut mir leid, aber ihr zwei seid einfach noch nicht bereit für ein Haustier. Oder den Broadway. Sie hat recht, das ist eine enorme Verantwortung. Wir haben befürchtet, dass ihr das sagt und deshalb diesen Konter vorbereitet. Bitte, Mami und Daddy. Muss der Niedlichkeit widerstehen. Gut, ich sag euch was. Kümmert euch doch für das Wochenende um Dr. Kolosso und wenn er danach sagt, dass ihr gut auf Tiere aufpassen könnt, dann... bekommt ihr ein Haustier. Ja! Entschuldige, Bob, du hast das Risiko auf süße Kinder gekannt, als du mich geheiratet hast. Dann versetzte die böse Hexe die hübsche Prinzessin in einen ewig währenden Schlaf. Ende. Ich liebe böse Märchen. Lass dir dein gesundes Gemüse schmecken, Kolosso. Wenn das nicht mal lieb ist. Ich will diesen Müll nicht. Ich möchte eine Pfannenpizza aus Chicago. Es gibt nur Hasenfutter. Wir müssen Mom und Dad beweisen, dass wir uns um Haustiere kümmern können. Na schön. Hank! Barb! Die Kinder lassen mich verrückt! Okay, wenn wir dir geben, was du willst, sagst du denn, dass wir reif für ein Tier sind? Ich mache keine Versprechungen, bis ich die Ware sehe. Oh ja, dann hauen wir mal rein. Wie kann er sein kleines Maul nur so weit öffnen? Was passiert mit ihm denn da? Ja, ich bin wohl ein klein wenig aufgedunst. Ein wenig? Du bist ein Hasenballon. Als Hase kann ich Käse wohl nicht mehr verdauen. Gut zu wissen. Entschuldige Kolosse, wir können nicht zulassen, dass Mom und Dad dich so sehen. Sonst bekommen wir kein Haustier. Wir müssen dich abdecken, bis wir eine Lösung gefunden haben. Dafür. Ach, bleib locker. Hier kommt eh nie jemand runter. Kinder, wir kommen runter. Hey, wir wollten nur mal nach dem Rechten sehen. Ja, Kolosse, wie stellen Sie sich so an? Halt! Ihr schläft. Und als verantwortungsvolle Besitzer wollen wir nicht, dass jemand seine Ruhe stört. Äh, das war ich. Mein Magen grummelt voll. Ach, dann komm mal mit Hochsüße. Wir kümmern uns um deinen Magen mit ein wenig Ingwer-Tee. Ihr schuldet mir was. Wie kümmern wir uns um deinen Magen, Moppelchen? Wir müssen das Gas rausdrängen, indem wir mich mit Mehrfurt-Treibstoff füttern. Moment, wir sollen dir noch mehr Gas geben? Ich hab gedacht, mein Körper wäre komisch. Bring mir einfach Bohnen. Jede Menge. Okay, ihr Kids wisst, wie es läuft. Na ihr? Wollt ihr Tee? Wir hatten auch Cookies, aber Chloe hat alle verputzt. Ich sehe keine Krümel auf meinem Gesicht. Was macht Kolosse denn hier oben? Mom, Dad, wir brauchen eure Hilfe. Hier. Boah! Sieh mich nicht an! Wir haben uns wirklich große Mühe gegeben. Und Rigo ist versagt. Gleich ist es soweit. Ich werde explodieren! Sie ist alle in Deckung! In der nächsten Stunde zündet niemand ein Streichholz an. Ja, wir wollen kein Haustier mehr Chloe, Max hast du jetzt gemalt Komm doch mit uns rein und mal Mami und Daddy Nope, aber ich male die Couch Möchtest du vielleicht Mami und Daddy, die auf der Couch sitzen, malen? Nope Hey Chloe, bist du bereit Mami und Daddy zu malen? Nope, das Kampfteam Gut, aber vielleicht malst du uns, wenn du fertig bist Nope Nicht weinen, Hank Nur keine Schwäche zeigen Und wen malst du jetzt, Chloe? Den Pinguin? Weil er der Grund ist, dass du schöne Sachen hast Ich male Mami und Daddy Was? Ich dachte, du willst uns nicht malen Das Beste kommt immer am Schluss Okay, jetzt können wir weinen, Hank Nicht vor dem Kampfteam, den wir draußen weinen Oh, das muss ich auch malen Das war symbolisch Jetzt da Phoebe ein Promi-Suppi ist, können wir auch Verbrecher jagen? Treten wir den bösen Buben in die Hintern Was? Nein, sorry Kids, ihr seid zu jung Wir werden warten müssen bis Mitte 40 Wie Max und Phoebe Außer Wir absolvieren den Helden-Eignungstest auf der Liga der Helden-Website Und können beweisen, dass wir alles Nötige drauf haben Gute Idee Ist das ein Ja-Nein-Test? Ich bin super in den Dingern Das glaube ich nicht Ja Das ist kein Test Nein Du spürst gleich meinen Laser Nein Au Okay, bei dir war's doch ja Ich baue eins für euch Entschuldige, Chloe Nur mit Niedlichkeit kannst du keins bauen Mit der Einstellung natürlich nicht Dann weiter Vielleicht hilft uns Mom Aber du fragst sie Hey Mom, baust du uns ein Spielhaus? Oh, Billy Wieso fragst du das? Weil du gesagt hast Dad hat gesagt, dass Mom nicht gut mit Werkzeug umgehen könnte Und wir sie nicht fragen sollen Hat er das? Ja, wir sollten ihr das auch nicht verraten Bitte verpetzt Billy nicht Natürlich nicht Ihr Kids wollt also ein Spielhaus, ja? Ich komme gerade nicht mehr richtig mit Mir würde es echt Spaß machen, eins für euch zu bauen Ich suche nur kurz das Werkzeug, mit dem ich nicht gut umgehen kann Okay, Thunderfamilie Es gibt Grund zur Freude Wir machen einen Ausflug alle zusammen Nach Japan? Spanien? Narnia? Noch viel besser Wir gehen zum Schuhshopping Das müsst ihr aber leider ohne mich und Phoebe machen Wir haben Superhelden-Training am Haus heute Training in da Haus Schon gut, ich mach's nicht mehr Ich dachte, ihr hättet für diese Woche genug trainiert Ja, aber wir haben noch Zusatztraining Ja, in dem Fall eine optionale Lerneinheit mit extra Credits In der wir Wir wissen's, Supernerd Max, wo willst du hin? Och, ich hab auch so eine Art Training Bandprobe Ich schreibe einen Song mit dem Titel Bis später, ihr Loser Ihr hört ihn später, ihr Loser Okay, dann bitte ich alle von euch, die nicht trainieren Ins Auto Ich kauf mir Schuhschuhs Und so hat's zu laufen Wow Es sieht aus, als hätte der wilde West noch Splatburger gekonzt Yippie-ay-ay, Thunderdogs Lockt euch der Wettbewerb her? Wenn es da nicht um den Cowboy-Look geht, dann... Dann hätten sie gewonnen Nein, Barbara Das ist ein Promo-Wettbewerb für meinen neuen Southwest-Burger Es gewinnt derjenige, der sich am längsten mit der Hand an einem Kaktus festhält Man muss schon echt traurig sein, um dabei mitzumachen Der Gewinner kriegt eine Rolle in einer Splatburger-Werbung Wir sind dabei Gut, das wird wohl die einzige Chance für euch sein, in einer Werbung aufzutreten Normalerweise lassen sie hässliche Menschen nicht ins Fernsehen Ich fürchte, sie hat recht Das ist echt eine einmalige Chance für hässliche Vögel wie uns Aber Wong hat gesagt, dass nun der Letzte am Kaktus gewinnen würde Das ist okay, wir sind eine Familie Gewinnt einer von uns, gewinnen alle Alle herhören, wir fangen an, ihr bemitleidenswerten Möchtegerns das Haltet euch an einem Kaktus fest Keine Sorge, ich hab die Stacheln vorher entfernt Au Oh, ein paar hab ich wohl übersehen Du bist raus, Pinky Girl Mami, ich bin hungrig Okay, du kannst gern was essen Wir dürfen nur diesen Kaktus nicht loslassen Also drück einfach die Knöpfe und bestell dir was Kann ich alles bestellen, was ich will? Wow, das spuckt viel aus Okay, liebe Leute, hebt eure Hand, wenn ihr Spaß habt heute Ihr blödigt seid raus Mrs. Wong hat gerade den Großteil unserer Mitbewerber ausscheiden lassen Wir sind unter den letzten vier Jetzt müssen wir nur noch gegen den da durchhalten Ich bin nicht irgendjemand Ich bin der professionelle Werbedarsteller Rahul Habt ihr die Gitarre auch gehört? Das ist mein Cousin Ich bezahle ihn, damit er überall mitkommt Sein Name ist Gustavo Das ist Gustavos Cousin Wir sind eine talentierte Familie Bist du bereit für den großen Sieg, Rahul? Was meinen Sie? Jeder von uns könnte hier noch gewinnen Keine Chance, Barbara Rahul wird heute gewinnen Er trainiert schon seit Monaten dafür Meine Waden sind wie der Stamm eines Redwood-Baumes Stamm an der kalifornischen Küste Sie haben zwar den Wettbewerb manipuliert Mit einem Typen, dessen Waden eine Walnuss knacken könnten Grafias, Chiquita Aber die Thundermans gehen nicht unter ohne zu kämpfen Bitte, verschwenden Sie Ihre Zeit Aber Rahul wird der Letzte im Wettbewerb sein Weil er ein anerkannter Muskelprotz ist Das ist wahr Anerkannter Muskelprotz Das wird echt schwer, Leute Ich bin ein Muskelprotz Aber anerkannt bin ich nicht Senorita Wong Die Massage fühlt sich an Als ob Tausendsmetterlinge tanzen Auf dem perfekt geformten Rücken von Rahul Das ist unfair Mrs. Wong versucht zu betrügen Wir ziehen auch andere Seiten auf Nora, Wong mal Wong ergibt nicht Plus Ja, das sagte ich Die Thundermans halten sich an das, was die Regeln wollen Was glotzt du so, Mom in Jeans? Okay, jetzt gibt's saures, Donkey Wong Ja, das sagte ich auch Mein Rücken Mein wunderschöller Rücken Er hat losgelassen Du hast meine Werbung ruiniert, du bildschöner Idiot Kein Grund zu schubsen Gustavo und Gustavos Cousins spielen mich raus Ja, geschafft Okay, ihr könnt jetzt loslassen und mich gewinnen lassen Was? Du willst gewinnen? Dieser nicht anerkannte Muskelprotz wird gewinnen In deinen Träumen Diese Werbung gehört mir Ganz recht Das Schleifchen fällt Fürchtet euch, meine Lieben Ich muss einfach gewinnen Ich bin die Einzige mit genug Schauspielerfahrung Dank meiner erfolgreichen Electress-Ärzte-Serie Superstarke Medizin Wir verlieren Sie, Doktor Nicht, solange es mich gibt Doktor Electress schafft das Achtung So, was nenn ich Superstarke Medizin Wir haben hier eine Dreier-Patz-Situation Mom, du solltest dich wie eine gute Mutter mal um Chloe kümmern Netter Versuch Chloe, Schätzchen, ist alles in Ordnung? Alles bestens, Baby Frau Ihr steht jetzt schon richtig lange so da Vermutlich müsst ihr langsam mal aufs Klo No, meine zweite Superkräft ist Blasenkontrolle Ich hab schon seit Februar nicht gepinkelt Ich bin überrascht, dass du nicht aufs Klo musst, Mom Du hattest heute viel Wasser Nein, hatte ich nicht Oh, wirst du aber gleich Oh, das wirst du noch bereuen Lass uns damit nicht zu lange warten Es gibt Medizin Deine Frisur sieht ohne Schleifchen wirklich anders aus Was im Namen des Fingerfoodgottes hast du da nur angerichtet? Ich konnte mich nicht entscheiden Chloe! Wir waren so vernacht in den Wettbewerb, dass wir Chloe vernachlässigt haben Vondaments räumt dieses Chaos auf Wir müssen jetzt einen Werbespot drehen Wir? Ja, ihr habt alle gleichzeitig losgelassen Also gewinnt ihr Loser Oh ja, danke schön Aber was sollen wir mit dem Essen tun? Keine Angst, Chiquita Ich bin eben so hungrig wie schön Das war einfach Mom, Dad Mrs. Wong hat schon wieder einen Ball in den Himmel geschickt Ganz sicher, dass sie es war? Ja, sie setzt Brandzeichen Jemand sollte diese Lady ihre Windeln wechseln Aber pronto Fragt ihr euch auch, warum Mrs. Wong so gemein ist? Ich bleib bei meiner Hexentheorie Denkt mal drüber nach Hat einer von uns schon mal gesagt Hallo, Mrs. Wong Oder freut mich, Sie zu sehen, Mrs. Wong Oder Mrs. Wong, kommen Sie doch auf einem Pfirsichauflauf vorbei Was redet sie denn da? Keine Ahnung Irgendwas mit Auflauf Ich glaube halt Möglicherweise ist Mrs. Wong nett zu uns Wenn wir auch nett zu ihr sind Zum Beispiel Oh, könnten wir ihren Zaun reparieren Schatz Manche Menschen sind halt Stinkstiefel Da ist es am besten, sie in Ruhe zu lassen Wieso sagt sie Auflauf? Jetzt will ich Auflauf Alarm Mrs. Wong nähert sich dem Haus Veranda Laser aktiviert Nein, Thunder Monitor, stopp Wer programmiert Laser für Mrs. Wong? Schuldig, Baby Gut, Thunder Man's Wongs Party lassen wir rocken Doch dieser Garten ist trist und trocken Diese Party ist total öde Womöglich ist es eine Überraschungsparty Überraschung? Ich verschwinde Nicht so vorschnell Die neue, herzliche Wong muss sich mit der Zeit geirrt haben Howdy Nachbarn Sie sagt Howdy Sie ist wie ausgewechselt Wo sind die Gäste? Sie sagten, es geht um halb vier los Tatsächlich Ich Dummerchen Vor vier taucht hier keiner auf Aber da ihr schon hier seid Könnten meine Lieblingsnachbarn mir beim Aufbau helfen Merkst du es, Phoebe? Das war bloß ein Trick Statt abzurocken, fall ich aus den Socken Halt euch nicht auf Wir sind halt ein klein wenig früh dran Daher greifen wir unter die Arme Wir sind ja nicht bloß zum Arbeiten hier Okay, wir müssen zum Arbeiten hier sein Halt die Krabbenküchlein Krabben machen üble Küchlein Spielen mir doch eine Runde Beeilung Ich sagte doch Beeilung Ich verpasse die Filmtrainer Hallo Ich hab fast Chloe angeschmort Du darfst dich nicht überschätzen, Lady Fressattacke Brokkoli? Verschwende nicht meine Zeit Ich hab fast die Filmtrainer 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 Vielen Dank.